Die einen haben nach bisher vier Bundesligaspieltagen drei Punkte auf dem Konto, die anderen sogar erst einen. Und so gesehen ist das kommende Duell zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln ja sicherlich noch kein waschechter Krisengipfel, aber doch ein Spiel, auf dem jede Menge Druck liegt für beide Vereine. Schließlich geht es darum, aus dem jeweils nicht guten Start in die neue Saison keinen kapitalen Fehlstart werden zu lassen. Und das möchte vor allem Werder Bremen natürlich hier hinter mir im heimischen Weserstadion vor den eigenen Fans am Samstagabend mit aller Macht verhindern. Und wenn wir uns an den jüngsten Auftritt der Bremer an dieses sehr, sehr ernüchternde 2 zu 4 in Heidenheim erinnern, ja, dann hätte Trainer Ole Werner durchaus reichlich Gelegenheit an seiner Startelf Dinge zu verändern. Und ich habe auch das Gefühl, das wird er tun. Es könnten einige Neuzugänge ihre Premiere im Weserstadion feiern, zumindest in der Startelf. Das Heidenheim-Spiel hat da Ansätze geliefert, die dafür sprechen würden. Fangen wir vorne an, Raphael Boree im Sturm, könnte David Kovnacki ersetzen, der in Heidenheim keinen guten Tag erwischt hat, gemeinsam mit Marvin Duck stürmen. Dann haben wir auf der linken Außenbahn Olivier Desmond, Vorlagengeber von Heidenheim, der für jung ins Team rücken könnte. Und noch Sennelin, der Sechser, hätte in meinen Augen eine Chance verdient, für Christian Groß mal wieder reinzurücken und zu zeigen, warum Werder für ihn sehr, sehr viel Geld bezahlt hat, um ihn aus Belgien nach Bremen zu holen. Also es wird spannend, wie Werner seine Startelf gegen die Kölner zusammenbauen wird. Kapitän Marco Friedl hat er ja während der Pressekonferenz die Einsatzgarantie verweigert. Wir erinnern uns, der musste unter anderem eher in Heidenheim zur Pause raus. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Friedl gegen die Kölner doch wieder zur Startelf zählt, wenn es denn körperlich geht. Er hat eben im Abschlusstraining einen Ball, wenn ich es richtig gesehen habe, aus kürzester Distanz ziemlich hart in die Ritten bekommen und hat sich auch eben noch beim Gang vom Platz immer so in die Seite gegriffen. Also das müssen wir abwarten, ob das gesundheitlich überhaupt geht. Falls ja, denke ich, dass der Kapitän spielen wird. Für Naby Keita zählt das nicht, laut Ole Werner zumindest nicht vom Beginn an. Der hat zwar in dieser Trainingswoche voll mitgemischt und auch eben im Abschlussspiel zwei, drei sehr, sehr schöne Aktionen gehabt. Aber wie zu hören ist, will Werder da noch kein Risiko eingehen. Werner hat es schon gesagt, nee, der kommt von der Bank. Irgendwann ist er eine Option und ich denke, so 30, 40 Minuten viel mehr wird der noch nicht im Tank haben. Und dann bringt man so einen natürlich lieber nach hinten raus, als ihn womöglich schon in der, sagen wir, 32. Minute auswechseln zu müssen. Klar ist, Werder muss gegen Köln was zeigen, muss was liefern. Am besten so ein Auftritt wie gegen Mainz hier vor zwei Wochen, als es diesen begeisternden 4 zu 0 Sieg gab und die Mannschaft ja gezeigt hat, dass es grundsätzlich geht. Das Heidenheim-Spiel hat dann aber doch wieder dafür gesorgt, dass die Stimmung hier im Bremer Umfeld, ja passend zum beginnenden Herbst, dann doch ziemlich frostig geworden ist. Denn diese Bilanz von 23 Bundesligaspielen im Jahr 2023 bis dato, von denen eben erst fünf gewonnen wurden, die hat jeder vielleicht nicht zahlenmäßig, aber doch gefühlt irgendwie im Kopf so in den Klamotten. Und ja, dem muss Werder jetzt einfach wieder was entgegensetzen. Werner hat es während der PK gesagt, das interessiert mich alles gar nicht. Wir konzentrieren uns nur auf die Dinge, die wir direkt beeinflussen können. Und da geht es dann eben darum, Siege und Punkte zu holen. Und damit das hier in Bremen kein ungemütlicher Herbst wird, sollte Werder gegen Köln damit anfangen. Werder gegen Köln damit anfangen. Werder gegen Köln damit anfangen. Werder gegen Köln mit Köln damit anfangen. Untertitelung des ZDF, 2020